Ja, ihr Lieben, heute Abend haben wir wieder ein Gemeindethema, das haben sich unsere Brüder auch ein Stück gewünscht, die geistliche Zubereitung der Mitarbeiter beim Gemeindebau. Ja, und es ist etwas ganz Wichtiges. Es ist etwas Wichtiges, dass eine Gemeinde viele Mitarbeiter hat, viele Mitträger, Lastenträger, solche, die bereit sind, sich die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die Kämpfe eines Gemeindebaus wirklich selber aufs Herz legen zu lassen und da auch mit einem geistlichen Verständnis mit dabei sind. Letztlich lebt jede Gemeinde davon, dass sie eine ganze Anzahl von solchen Mitarbeitern hat und dass diese Anzahl auch wächst. Wenn eine Gemeinde von der Mühe und der Arbeit einiger weniger Brüder abhängt und Schwestern, die auf sich gestellt die Last des Dienstes tragen müssen, dann leidet das Werk des Gemeindebaus Schaden. Ja, es kann sich nicht so entfalten, wie es eigentlich sein sollte. Und es ist so wichtig, dass es viele gibt, ja, dass eigentlich jeder wahre Gläubige, der in einer biblischen Gemeinde seine Heimat gefunden hat, auch die Verantwortung sieht, in dieser Gemeinde Mitarbeiter zu sein, mitzuwirken an dem Werk der Auferbauung. Nun, ich möchte am Anfang einfach noch einmal erinnern an dieses Werk der Auferbauung mit zwei Bibelfersen, die wir schon gelegentlich und immer wieder mal betrachtet haben, weil sie so zentral wichtig sind. Und das eine ist Epheser 4, ab Vers 11, wo dieses Werk des Gemeindeaufbaus ein Stück von der Sicht Gottes eigentlich sehr, sehr eindrucksvoll und interessant geschildert wird und beschrieben wird. Ja, Gemeindebau fängt an bei dem verherrlichten Herrn. Und auch dieser Abschnitt in Epheser 4 fängt an mit dem verherrlichten Herrn Jesus Christus, der Menschen errettet hat, berufen hat, geheiligt hat und in seinen Dienst gestellt hat. Und jede Wirkung des Aufbaus von Gemeinde muss vom Herrn ausgehen, vom Haupt der Gemeinde. Es geht nicht von Menschen aus. Menschen sind nur die ausführenden Werkzeuge. Jede wirkliche Aufbau muss vom Herrn der Gemeinde selbst ausgehen und durch den Heiligen Geist gewirkt sein. Das ist auch die große Herausforderung. Weil wir oft noch fleischlich sind und weil wir, wenn wir nicht dem Heiligen Geist Raum geben, unter Umständen dieses Werk des Gemeindebaus auch sehr stark hindern können. Ja, also wir lesen von dem verherrlichten Christus in Vers 11. Und er, nämlich der Herr Jesus im Himmel, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Also das ist unsere alle Aufgabe. Hier ist die Rede von den überörtlichen Dienern, die Gott auch heute noch beruft. Apostel und Propheten haben wir keine mehr. Das ist jetzt letztlich die Schrift, die Heilige Schrift ist das Zeugnis der Apostel und Propheten des Neuen Testaments, also die Briefe vor allen Dingen eben und die Evangelien und die Apostelschichte. All das ist letztlich die Apostellehre und die Lehre des erhöhten Christus für die Gemeinde. Aber wir haben noch Evangelisten, Hirten und Lehrer. Aber wir haben auch örtlich gesehen, Brüder, die ältesten Dienst tun, also Hirten auf der örtlichen Ebene. Wir haben Brüder, die Verkündigungsdienst tun, die am Wort dienen. Wir haben Seelsorger, auch in der örtlichen Gemeinde. Und wir haben eine Schar von Geschwistern, denen Gott allen Brüdern wie Schwestern bestimmte Gnadengaben gegeben hat, um die Gemeinde zu erbauen. Das finden wir in 1. Korinther 12. Ich möchte da nur kurz dran erinnern. Wir werden da nochmal drauf zu sprechen kommen im Lauf des Vortrags. Ja, das Ziel ist also, dass die Heiligen zugerüstet werden. Das heißt also, wir sind alle Heilige. Jeder wiedergeborene Gläubige ist ein Heiliger. Nicht nur irgendwelche besonders geheiligten Geschwister, sondern jeder ist ein Heiliger. Aber es geht darum, wir alle sollen Gott dienen, Gott im Geist dienen, priesterlich dienen, in der Anbetung, dienen in der Auferbauung der Gemeinde und dafür brauchen wir Zurüstung. Wir sind dafür nicht von vornherein geschickt und gemacht, sondern wir müssen geformt werden, wir müssen gestutzt werden und beschnitten werden, wir müssen gelehrt werden, wir brauchen Einsicht. All diese Dinge müssen eben durch eine lebendige Gemeindearbeit auch vermittelt werden und dabei hat jeder eigentlich eine Aufgabe. Aber natürlich ganz besonders die Brüder, die eben in der Lehre und im Hirtendienst arbeiten, überörtlich oder örtlich. Es geht darum, dass das Werk des Dienstes richtig getan wird. Auch dieses Werk des Dienstes betrifft jeden einzelnen Gläubigen. Es sollte niemanden geben, der nicht in einer örtlichen Gemeinde auch irgendeinen Dienst tut. Und da sind natürlich auch solche Dinge mit dabei, wie von mir aus Dienst in der Tonanlage, aber auch Putzen von irgendwelchen Räumlichkeiten, dass man Stühle umstellt, dass man Tische deckt, dass man kocht oder für das Gemeindeessen mal sorgt. Wie auch immer, jeder hat verschiedene Gaben, aber jeder sollte dabei mitwirken und zusammenwirken, damit die Gemeinde, der Leib des Christus aufgebaut wird, erbaut wird. Das ist also eine gemeinsame Zielsetzung, die geht aus vom Herrn Jesus, von unserem Haupt im Himmel und jeder einzelne Gläubige sollte sich dieser Zielsetzung stellen. Da gibt es natürlich welche Brüder eben in erster Linie, die bestimmte besondere Gaben haben, die eine besondere Verantwortung haben. Aber das heißt nicht, dass sich irgendjemand rausstehlen kann und sagen kann, ach, lass die mal ruhig machen da in dem Aufbauwerk. Ich halte mich da raus. Ja, das geht eigentlich so nicht. Das Ziel Gottes ist, bis wir alle, Vers 13, zur Einheit des Glaubens und der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also Gott gibt sich nicht damit zufrieden, wenn Menschen von Neuem geboren sind, sondern er will diese Kinder Gottes als Söhne Gottes zur Reife führen. Er will uns dahin führen, dass wir alle eine vollkommene Mannesreife erlangen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Er will, dass wir den Herrn Jesus immer tiefer erkennen, aber auch die Gedanken Gottes über Gemeinde immer tiefer erkennen und diese Gedanken auch ausleben und praktizieren in immer größerer Reife und Vollkommenheit. Wir sollen also zum Maß der vollen Größe des Christus heranwachsen. Das heißt, so wie der Herr Jesus uns leitet, sollen wir ausgewachsene Menschen Gottes sein, die stabil sind, die reif sind, die weise sind, verschiedene Dienste zu tun, die auch wirklich bereit und in der Lage sind, Träger, Lastenträger zu sein. Darauf kommt es Gott auch an. Viele Christen sind das, was wir in Vers 14 lesen, damit wir nicht mehr unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere durch das betrügerische Spiel der Menschen. Das ist ein Problem. Es ist klar, dass ein frisch geborenes Baby in Christus am Anfang unmündig ist, dass er einfach viele Dinge noch nicht versteht. Das ist normal. Wie soll er das auch? Aber wenn jemand nach drei, vier, fünf Jahren immer noch ein Unmündiger ist, unreif, unsicher, unstabil, nicht fortgeschritten in der Heiligung und in der Bereitschaft zum Dienst, dann ist eigentlich was schief gelaufen. Dann ist irgendwo eine Krankheit, eine geistliche Krankheit vorhanden. Also Gott will uns aus der Unmündigkeit zur Mündigkeit führen. Er will uns stabilisieren in unserem Glauben und er will, dass wir fähige Diener werden, die wirklich eine Bereicherung für das Werk Gottes sind. Wisst ihr, es gibt viele Geschwister, die muss man einfach tragen. Sie empfangen, sie geben weniger, als dass sie nehmen. Das ist auch ein Stück weit normal. Es sind junge Geschwister und es sind manchmal vielleicht auch kranke Geschwister, Geschwister, die auch vielleicht seelisch oder geistlich Probleme haben. Aber wenn zu viele Gläubige in einer Gemeinde nur immer empfangen wollen und nicht geben, dann hat die Gemeinde ein Problem und ist ungesund und es wird schwierig, das gesunde biblische Gemeindeleben zu leben. Und deswegen brauchen wir Mitarbeiter, die zugerüstet sind und die heranwachsen in jeder Beziehung zu Christus hin. Das ist auch interessant, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist. Es gibt auch einseitiges Wachstum bei Christen. Es gibt manche Christen, die zum Beispiel sehr einseitig in ihrem Kopfwissen wachsen und irgendwann eine beeindruckende Bibelkenntnis haben, aber ihr geistlicher Zustand ist äußerst unreif und fleischlich und dann sind sie eine Belastung für die Gemeinde, anstatt ein Segen zu sein. Das ist eine Gefahr, wenn man einseitig und unharmonisch wächst. Und deswegen, wir müssen lernen, wirklich in jeder Beziehung, in der Vielseitigkeit auch der geistlichen Persönlichkeit zu wachsen. Wir müssen nüchtern sein, aber auch einfühlsam. Wir müssen fest sein und wir müssen weich sein. Wir müssen klar Dinge beim Namen nennen und wir müssen auf der anderen Seite auch demütig und sanftmütig sein. Also das ist diese Vielseitigkeit auch der Persönlichkeit. Wir sehen das natürlich an dem Herrn Jesus in Vollkommenheit. Wir sehen es auch an einem Apostel Paulus, ja wie er in den verschiedenen Situationen ganz unterschiedlich angemessen reagieren konnte und wirklich den Herrn Jesus verherrlicht hat, dadurch, dass er ihn geoffenbart hat in allen möglichen Aspekten seines Lebens und Dienstes. Das ist so eine Zielvorstellung. Dahin sollen wir wachsen als Mitarbeiter. Und dann Vers 16, eben sehr interessant, von ihm aus, von Christus, dem verherrlichten Haupt aus. Vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also das ist dieses Werk, das von Christus ausgeht. Aber wir sehen in diesem Vers, der Herr gebraucht eigentlich alle Gläubigen dabei. Wir alle sind entweder Glieder oder Gelenke, Bänder, wir alle gehören mit dazu, damit dieser Leibesorganismus richtig funktionieren kann. Und das gilt für den Gesamtleib, aber das Wichtige, der Fokus ist zunächst mal die örtliche Gemeinde. Das ist ja der örtliche Ausdruck des Leibes des Christus und da müssen wir lernen, zusammenzuwirken, zu dienen. Und deswegen, Gott braucht Werkzeuge. Dazu möchte ich nochmal erinnern an 1. Korinther 3, wo das uns eigentlich auch ganz deutlich vor Augen geführt wird. Ich lese mal ab Vers 1, weil da kommt nämlich die Realität auch unserer heutigen Gemeindesituation gar nicht so schlecht zum Ausdruck. 1. Korinther 3 ab Vers 1. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Also da haben wir wieder das, was wir in Ephesophia auch hatten. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid und zwar wie es der Herr jedem gegeben hat? Das ist aber ganz wichtig geworden. Der Johannes der Täufer sagt in Johannes Evangelium einen kleinen Satz. Niemand kann sich etwas nehmen, es sei ihm denn vom Himmel her gegeben. Interessant. Also nicht wir verteilen die Ämter und streben nach irgendwelchen Pöstchen, nach irgendwelchen Aufgaben, ich will auch ein Prediger sein, sondern der Herr muss es geben. So wie der Herr es gibt, so hat jeder seinen Dienst. Und es bringt uns überhaupt keinen Lohn, wenn wir versuchen, den Dienst eines anderen zu tun oder uns in den Dienst eines anderen hineinzudrängen, für den wir keine Gabe und keinen Auftrag haben, sondern unser Lohn wird uns dann gegeben, wenn wir den Dienst ausüben, den wir persönlich vom Herrn empfangen haben. Und darin sollen wir treu sein. Nicht versuchen, irgendwas anderes zu machen. Also ganz interessant, was hier so drin steht. Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Auch hier spricht der Apostel Paulus von überörtlichen Mitarbeitern. Aber trotzdem gilt im weiteren Sinn, und das sehen wir wieder in 1. Korinther 12, dass eigentlich jeder Gläubige ein Mitarbeiter sein sollte. Jeder Gläubige hat eine Gnadengabe, mindestens eine, empfangen. Und jeder Gläubige ist gerufen, dem Leib als Ganzes und den anderen Gliedern mit dieser Gnadengabe zu dienen. Und von daher sind wir alle Mitarbeiter. Wir alle haben das Vorrecht, an diesem Bau Gottes, dem Bau der Gemeinde, teilzunehmen. Und wir werden dann auch Lohn empfangen, wenn wir da dem Herrn wirklich treu dienen. Und nun erzählt der Apostel Paulus und berichtet von seinem Auftrag, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, also das Fundament. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also hier haben wir zwei Dinge. Auf der einen Seite, wir haben die Souveränität Gottes, der einfach Aufgaben und Gaben und Aufträge zuteilt. Das ist das Vorrecht des Herrn der Gemeinde. Er kann entscheiden, du machst jetzt das und du machst jetzt das. Und dann kann es nicht so gehen, wie es manchmal in der Familie geht. Also jedenfalls bei uns geht es dann manchmal so, wenn man sagt, du räumst bitte den Tisch ab und du räumst die Spülmaschine ein. Ja, aber der andere und ich, ich will gar nicht und eigentlich könnten wir es doch ganz anders machen. Ja, sondern dann wird es gemacht, was gesagt wird, oder? So sollte es jedenfalls bei unserem Herrn sein. Aber manchmal ist es leider so, wie bei unreifen und ein bisschen egoistischen Kindern. Ja, dass man sagt, ja, aber Herr, das liegt mir doch gar nicht. Ich möchte lieber was anderes machen. Das ist mir zu schwer, das ist mir zu mühsam. Ja, wir argumentieren mit Gott, anstatt einfach die Aufträge anzunehmen, die Gott uns gibt. Und das ist eben auch der Punkt, wenn wir Mitarbeiter sind, ist es ein großes Vorrecht, es ist eine große Gnade, dass der Heilige Gott uns fehlerhafte, noch von Sünde behaftete Menschen wirklich annimmt als Mitarbeiter. Das ist ja ein Ehrentitel. Überlegt euch das mal. Mitarbeiter Gottes. Ja, da macht sich Gott eins mit uns, obwohl wir noch so viel Fehlerhaftes an uns tragen. Das ist große Gnade und eine Verantwortung ist es aber auch. Ja, und daran erinnert der Apostel Paulus nicht umsonst, denn es gibt immer wieder auch Mitarbeiter, die im Grunde ein Stück einreißen statt aufbauen. Und das ist etwas sehr Ernstes. Ja, also stellt euch das vor, Nehemiah baut die Mauer, lässt die Mauer bauen, hier überall arbeiten sie an jedem Abschnitt und tun Stein auf Stein aufschichten und dann, da gibt es plötzlich eine Gruppe, die baut die Steine wieder ab, die die anderen aufgeschichtet haben und macht die Lücke wieder größer anstatt klein. Ja, das ist eine sehr ernste Sache. Aber wir können tatsächlich im Werk Gottes Abrissarbeit leisten. Indem wir zum Beispiel kritisch und negativ uns äußern über die, die wirklich die Last der Arbeit tragen. Indem wir Spaltungen und Streitigkeiten schüren. Ja, indem wir Parteiungen haben, entweder die bestimmten Menschen anhängen oder die bestimmte Sondermeinungen in den Vordergrund stellen. Dadurch kann ein Aufbauwerk schwer gefährdet werden und unter Umständen sogar kaputt gehen. Und es wird immer wieder Gemeinden gegeben, die sind an Streitigkeiten, an spalterischen Personen kaputt gegangen. Aber die Verantwortung möchte ich nicht vor einem heiligen Gott tragen. Ja, denn da gibt es einen Tag der Rechenschaft. Daran erinnert der Apostel Paulus. Ja, ein Tag der Rechenschaft, wo jeder treue Dienst belohnt wird. Ja, und wir können das jetzt nicht aufführen, aber in Nehemia 3 gibt es so eine richtig schöne Aufzählung, wer an diesem Werk des Mauerbaus wie mitgearbeitet hat. Ja, da wird jeder Einzelne mit seinem Beitrag, auch mit seiner Gesinnung erwähnt. Ja, und da gibt es eben auch diese Obersten von Tekoa, die ihren Nacken nicht unter das Werk Gottes gebeugt haben. Die werden ganz speziell erwähnt. Genauso wie die, die besondere Opfer gebracht haben. Ja, also da sehen wir, Gott sieht zu, er registriert, wie wir uns verhalten. Ja, und diese Rechenschaft, die sollte jedem Diener, jedem Glied einer Gemeinde bewusst sein, ich werde mal Rechenschaft ablegen, habe ich aufgebaut oder abgerissen? Habe ich geholfen? Es gibt Geschwister, die eben einfach kritisch an der Seite stehen, nicht mit bei der Mühe und bei der Arbeit sich mitbeteiligen, sondern lieber kritisieren. Ja, und das ist eine Sache, das ist nicht gut. Ja, es gibt manchmal Dinge zu kritisieren und ich glaube, wenn jemand etwas moniert und beanstandet, der mitarbeitet und der wirklich auch vorbildlich sich unter die Lasten beugt, dann wird jeder auch darauf hören, auf das, was er zu sagen hat. Ja, aber wenn jemand von außen kritisiert und sich gar nicht in die Mühen und in die Arbeit des Aufbauwerkes hineingibt, dann ist es eine destruktive und gefährliche Sache. Ja, also von daher gesehen ist es hier diese menschliche Verantwortung, die da auch eine Rolle spielt. Ja, und von daher auch unser Thema, die geistliche Zubereitung der Mitarbeiter im Gemeindebau, ist deswegen wichtig, weil wir eben erstens Mitarbeiter brauchen und zweitens, weil sie aber auch eine bestimmte Zurüstung brauchen, damit sie überhaupt brauchbar sind und damit sie für Gott gute Frucht in diesem Aufbauwerk wirken. Wir brauchen also geistlich gesinnte Mitarbeiter. Mitarbeiter, die verstanden haben, was Gottes Gedanken über die Gemeinde sind, was Gottes Pläne mit der Gemeinde sind, die verstanden haben, dass sie in einen Kampf gestellt sind, wo Opfer gefragt sind. Das ist einer der obersten Grundsätze von Gemeindebau. Ohne Opfer geschieht keine geistliche Frucht. Oder um es mit dem Wort des Herrn Jesus zu sagen, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und das gilt für jeden Bruder und jede Schwester, die ernsthaft Dienst in der Gemeinde tun. Ja, wir müssen Sterbenswege gehen. Wir müssen uns selbst verleugnen. Wir müssen lernen, unsere eigenen Interessen hintanzustellen. Schmach, Missverständnisse, Anfeindungen, negatives Gerede, still zu tragen, zu segnen, wenn man negativ verleumdet wird. Ja, das sind so Dinge, das gehört mit zu der Gotteshochschule und Tiefenschule für Gemeindemitarbeiter. Ja, ich will mal so ein paar Dinge nennen. Was braucht es, um Gemeindemitarbeiter zu sein? Ich denke, das Erste ist eine klare Bekehrung und Hingabe an Christus. Ja, Mitarbeiter bedeutet, ich gebe mehr als das ich nehme. Ich bin jedenfalls bereit, wesentlich mehr zu geben als zu nehmen. Wisst ihr, das Schöne ist, Gott lässt sich ja da überhaupt nicht irgendwie etwas schenken, sondern wenn wir viel geben, dann bekommen wir auch viel. Ja, aber ich erwarte nicht viel, sondern ich will lieber viel geben und dann überlasse ich es dem Herrn, mich zu beschenken und er wird es tun. Ja, aber nicht immer sofort. Ja, manchmal müssen wir sozusagen erstmal ganz schön in Vorleistung gehen. Mit Opfern, mit Dienst, mit Investitionen, bevor irgendwas zurückkommt. Ja, das ist in Ordnung so. Ja, denn eigentlich ist ein Mitarbeiter jemand, der gibt, nicht jemand, der nimmt. Deswegen 2. Korinther 5, Vers 14 und 15 gehört ganz elementar zu einem Mitarbeiter in der Gemeinde dazu. Da heißt es denn, die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Hingabe an den Herrn. Nicht mehr für mich leben. Das gehört eigentlich ganz elementar zum Christenleben dazu und trotzdem gibt es viele Christen, die immer noch eigensüchtig für sich selber leben. Ja, die das nicht verstanden haben, was eigentlich Christusnachfolge bedeutet, sich selbst zu verleugnen, das Kreuz auf sich zu nehmen. Aber wenn wir bereit sind mitzuarbeiten, dann werden wir in diese Schule hineingeführt. Dann werden wir auch geprüft in unserer Hingabe. Ja, dann kommen Situationen, wo wir wirklich lernen müssen, ja, unserem Selbstleben, unseren eigenen Ansprüchen abzusterben und wirklich es um das Herrn Jesu Willen zu tun, was wir tun. Ja, und das ist ganz wichtig. Also die einen fragen sich bei der Gemeinde, was bringt die Gemeinde mir? Und die anderen fragen sich, was kann ich in der Gemeinde dienen? Was kann ich geben? Ja, und die gesündere Fragestellung ist eindeutig die, was kann ich geben? Ja. Galater 2,20, da wird eigentlich dasselbe noch einmal von einem anderen Aspekt aus betont. Da heißt es ja, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ja. Das ist dieser Grundsatz, dass ich mich einfach dem Herrn zur Verfügung stelle, dass er mit seiner Liebe, mit seiner Kraft durch mich wirkt, um andere zu erbauen. Und dabei werde ich selber immer auch gesegnet und erbaut, ohne dass ich es speziell suche. Was aber auch ganz wichtig ist für Mitarbeiter, ist eine Gründung im Wort Gottes. Ich kann nicht an einem Bau mitarbeiten, wenn ich nicht weiß, was der Bauplan ist und wenn ich nicht den Anweisungen des Meisters folge. Ja. Also ein Maurer, der da einfach vor sich selber hinmauert und überhaupt nicht guckt, wo eigentlich da die Wand hingehört und wie gerade sie eigentlich ausgerichtet sein sollte. Er richtet mehr Schaden an, als dass er nutzt. Ja. Ich muss die, den Plan Gottes für die Gemeinde kennen, die Anweisungen für die Aufbauarbeit, die eben speziell auch in den Briefen des Neuen Testaments gegeben ist. Und deswegen müssen wir solche sein, die im Wort Gottes gegründet sind. Also was ganz wichtig ist, ist, dass ich lerne, die Bibel zu studieren und gleichzeitig auch das umzusetzen, was ich in der Bibel finde. Ich lese mal ein paar Bibelworte vor, 1. Timotheus 4, Vers 6. Da heißt es, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Ja. Also Gründung im Wort Gottes. Nähere dich mit der Bibel, aber nähere dich besonders auch mit der gesunden Lehre. Das heißt, ein Gemeindemitarbeiter muss in ganz besonderer Weise auch die Briefe des Neuen Testaments studieren, weil die Briefe des Neuen Testaments in besonderer Weise die Lehre Gottes für die Gemeinde in Christus enthalten. Ja. Da muss ich gegründet sein, damit ich verstehe, was ich eigentlich tue. 2. Timotheus 1, Vers 13 bis 14. Es ist interessant, dass da eben die Timotheusbriefe oftmals drankommen, ja, weil die Ermahnungen an Timotheus sind auch eine ganz, ganz wichtige geistliche Nahrung für Gemeindemitarbeiter, ja. Aber da heißt es eben auch, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus sind. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, ja. Woran sollen wir uns halten? An die Lehre der Apostel, an das, was uns in den Briefen gelehrt wird über das Wesen der Gemeinde, über die Aufgaben in der Gemeinde und dann werden wir verständige Mitarbeiter sein, ja. Titus 1, Vers 9 heißt es eben von einem Ältesten, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also wir müssen im Wort Gottes gegründet sein und je mehr Geschwisterte sind, desto besser geht es auch der Gemeinde im Prinzip, ja. Desto mehr Verständnis ist zum Beispiel da für bestimmte Schritte in der Gemeinde. Was wir dann auch eben brauchen, ist eine Herzenshaltung der Lauterkeit, der Demut und der Abhängigkeit von Gott. Das kann man nicht so ohne weiteres machen. Das ist oft auch ein Ergebnis einer Schule Gottes mit dem Einzelnen, ja. Wir sind oft sehr selbstbewusst und eigenwillig am Anfang unseres Glaubenslebens und Gott muss uns zerbrechen und demütigen. Im Psalm 119 heißt es, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort, ja. Es sind so diese Wege, ja, es geht nicht ohne Erziehung, es geht nicht ohne geistliche Erfahrung, die auch Zerbruch und Schwierigkeiten beinhaltet. Wenn man immer nur auf der Sonnenseite des Christenlebens sein will, das funktioniert nicht, ja. Viele Dinge lernen wir nur durch Leiden und durch Scheitern, durch Schwierigkeiten und das ist genau das, was auch wichtig ist, dass ich dazu auch als ein Diener Gottes wirklich auch ein Ja habe. Da können wir vielleicht auch mal aus 2. Korinther 1 lesen. 2. Korintherbrief ist da sehr interessant. Vers 12, denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Ja. Und 2.17 kommt es nochmal vor, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Das merkst du nicht immer sofort, aber letztlich ist es ein ganz wichtiger Punkt, ein gesegneter Mitarbeiter in der Gemeinde steht vor Gott und nicht vor Menschen. Und er ist abhängig von Gott und nicht von Menschen. Ja, er ist nicht abhängig von dem Lob von Menschen. Ja, da gibt es manche, die sagen, ja, ich bin viel zu wenig gelobt worden, da kriegt man so wenig Anerkennung. Ja, nun sollten wir schon solche sein, die auch den Dienst unserer Mitgeschwister loben. Aber wenn ich davon abhängig bin, dann stimmt was nicht. Ja. Wir erhalten unser Lohn und unser Lob von dem Herrn, nicht von Menschen. Und wir erwarten es auch nicht von Menschen. Ja. Und dann braucht man Treue und standhaftes Ausharren im Dienst. Ja. Also ich denke, viele Mitarbeiter, auch viele Gemeindeleiter können sich an manche Situationen erinnern, wo sie gesagt haben, am liebsten wäre ich jetzt davon gelaufen. Ich war so in Bedrängnis und so irgendwo niedergeschlagen. Am liebsten hätte ich mich davon gestohlen und hätte den Bettel hingeschmissen. Ja. Und genau in solchen Situationen muss man lernen, Psalm 73, und dennoch bleibe ich stets an dir. Und dennoch. Ich bleibe. Ich harre aus. Ich bin bereit, unter der Last zu bleiben, bis der Herr sie wegnimmt. Standhaftes Ausharren. Ja. Eine ganz wichtige geistliche Tugend. Ja. Und das ist eben so ein Punkt, ja, dass wirklich diese Treue und Beharrlichkeit oftmals fehlt. Man ist ganz schnell entmutigt, man ist ganz schnell frustriert, man will nicht mehr und verpasst die kostbaren Lektionen, die Gott gerade darin auf uns bereithält, dass wir aushalten in Spannungszuständen, in Krisen treu dabei bleiben, dass wir stehen bleiben, statt wegzurennen oder einzuknicken. Ja. Und das können wir nur, wenn wir uns an den Herrn halten. Das können wir nur, wenn wir solche sind, die einen vertrauten Umgang mit dem Herrn haben und die sich wirklich vom Herrn Jesus stärken lassen. Denn der Herr wird es dafür sorgen, dass wir in Situationen kommen, wo wir menschlich garantiert einknicken. Ja. Es kann nicht sein, dass wir mit Menschenkräften dienen. Wir müssen mit der Kraft des Heiligen Geistes dienen. Und das müssen wir auch lernen, dass dort, wo wir nicht mehr, wo wir am Ende sind, dort schenkt der Herr übernatürliche Kraft, die uns leitet und die uns Gnade gibt, schwierige Situation zu ertragen. Ja. Und das gehört mit dazu. Deswegen gibt es eben auch nicht so arg viele bewährte Mitarbeiter, weil manche angesichts solcher Lektionen sich von der Schule abmelden. Ja. Das ist falsch. Das töricht. Das bringt es nicht. Ja. In der Schule bleiben. Notfalls die Klasse noch mal wiederholen, aber drinbleiben, bis man die Lektion gelernt hat. Ja. Das ist also eine ganz wichtige Sache, denn Gott bereitet sich die Werkzeuge zu durch allerlei Führung. Die können wir gar nicht alle aufzählen. Ja. Wir wissen nur, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Ja. Bedrängnisse gehören dazu. Druck, Schwierigkeiten. Ja. Und wenn wir bereit sind, das auf uns zu nehmen, dann formt Gott uns zu Gefäßen, die zu seiner Ehre sind. Und es sind trotzdem irdene Gefäße. Ja. Vielleicht lesen wir das nochmal in 2. Korinther 4. Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar wird. Ja. Der Bericht eines Mitarbeiters. Klingt jetzt nicht so prickelnd, nicht so interessant, sondern mehr nach herausfordernd. Ja. Aber genau diese Dinge formen uns zum Segen und machen uns zu verlässlichen und treuen Mitarbeitern. Ja. Im Haus Gottes braucht es Säulen. Und ich habe mir auch überlegt, bis so eine Säule aus so einem rohen Steinblock herausgemeißelt ist, ja, dass sie da so richtig schön mit ihren Formen und so ganz gerade in den Himmel ragt, das braucht Zeit und Mühe. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Und das ist auch so, dass Gott eben solche Säulen auch heranbilden will in seiner Gemeinde. Ja, es ist interessant. Ich habe jetzt einfach auch mal gedacht, wir müssen mal zwischen Männern und Frauen unterscheiden bei der Mitarbeiterschaft. Denn Gott hat verschiedene Aufgaben für die Männer und für die Frauen in der Gemeinde vorgesehen. Und die Männer haben eine Grundaufgabe, das wird in 1. Korinther 11 uns gelehrt, nämlich die Männer sind das Haupt. Ja. Sind das Haupt der Frau. Und es ist ja interessant, dass das gerade auch in einer Gemeindepassage, in einem Abschnitt der neutestamentlichen Briefe gelehrt wird, in denen es um die Gemeinde Gottes geht. 1. Korinther 11, ihr kennt es, Vers 2 und 3. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und das bedeutet, wenn wir dann das vergleichen mit 1. Timotheus 2, ab Vers 11, wo gesagt wird, dass eine Frau nicht leiten soll und auch nicht lehren soll, dass die Aufgabe der Leiterschaft dem Mann gegeben ist. In allen Bereichen, wo die Gemeinde als Ganzes betroffen ist, sei es Hauskreise, Gebetskreise, wo Männer und Frauen zusammen sind, da müssen die Männer die Führung haben. Und es ist nicht etwa so, dass das jetzt eine tolle Sache ist, da als Pasha zu herrschen, sondern als christlicher Mann zu führen, heißt zu dienen und mehr Schwierigkeiten, mehr Leiden und mehr Opfer auf sich zu nehmen als die anderen. Das ist das Vorrecht eines Leiters, dass er mehr letztlich auch drunter bleiben muss. Wer unter euch der Erste sein will, der sei aller Diener. Also das ist jetzt einfach der Punkt, aber die Männer haben die Verantwortung. Die Männer haben die Herausforderung, vorwärts zu gehen. Das ist gar nicht so ganz einfach, weil in vielen Gemeinden sind viele Schwestern aktiver und auch oft geistlicher gesinnt als die Männer. Und bei den Männern gibt es so eine gewisse Trägheit, so eine gewisse Rückzugsmentalität. Und da fordert uns Gottes Wort heraus. Du hast die Verantwortung. Geh du voran. Sei du ein Vorbild. Nimm dir Zeit zum Gebet und zum Bibellesen, weil du wirst, dir wird die Verantwortung übertragen. Nicht deiner Frau. Und deswegen haben die Frauen trotzdem eine ganz wichtige Aufgabe in der Gemeinde, Aufbauarbeit und Dienst für den Herrn. Aber diese Aufgabe ist weder Lehre noch Leiterschaft, sondern Lehre und Leiterschaft ist Männersache. Und das bedeutet, wir müssen in ganz besonderer Weise uns im Wort gründen und wir müssen lernen, in der Schule Gottes Verantwortung zu übernehmen, Lasten zu tragen und Weisheit uns zu erbitten für schwierige Situationen. Das fängt immer klein an. Also du wirst nicht da gleich zum Gemeindeältesten ernannt, wenn du frisch bekehrt bist, sondern das fängt damit an, dass man einfach mal so ein paar Aufgaben hier und da bekommt und dann bekommt man vielleicht mal ein bisschen Arbeitsbereich und dann sieht man, wie sich jemand bewährt und treu diese Arbeit tut und dann bildet Gott das heran, wo manchmal dann man merkt, aha, hier hat jemand die Gabe und Berufung, ein Gemeindeältester zu sein. Und das ist ein ganz wichtiger Dienst, der hohe Verantwortung beinhaltet und große Lasten und auch ein großen Segen. Das ist auch dabei. Aber wir sollten Respekt haben vor den Brüdern, die ältesten Dienst tun, denn sie nehmen viel auf sich und müssen viel ertragen. Wenn der Apostel Paulus sagt, ich bin praktisch der Fußabstreifer von allen gewesen, dann ist es auf örtlicher Ebene das Vorrecht der Ältesten in mancher Beziehung, dass sie der Fußabstreifer von allen sind. Und dass Beschwerden, Kritik und so weiter sich hauptsächlich gegen sie richten, ist also keine Aufgabe, um die man sich jetzt reißen würde und trotzdem steht in 1. Timotheus 3, Vers 1, dass es ein edler, ein vorzüglicher Dienst ist. Eine Aufgabe, wo es Gott gefällt, wenn jemand bereit ist, diese Last des Dienstes auf sich zu nehmen. Und ich denke, jeder Bruder sollte, das habe ich glaube auch schon mal gesagt, bestrebt sein, den Charaktereigenschaften eines Ältesten zu entsprechen. Auch wenn du dann nur Diakon bist, in Anführungsstrichen nur, oder wenn du gar keinen höheren Dienst hast, ist es trotzdem eine gewaltige Bereicherung, wenn wir viele Brüder haben, die diesen Charaktereigenschaften entsprechen. Ich lese es mal, was da steht in 1. Timotheus 3, Abvers 1. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun aber muss ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Und dann auch aus dem Titusbrief, lese ich vielleicht auch nochmal, und dem dürfen wir nachstreben als Männer, dürfen beten, Herr, mach mich zu einem solchen Mann, der diese Eigenschaften aufweist, durch deine Schule, durch deine Gnade. Titus 1, Abvers 5 Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadlich ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untadlich sein als ein Haushalter Gottes. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also das ist ganz schön viel, was da verlangt wird, sozusagen. Das ist herausfordernd und wir müssen da reinwachsen als Männer und Gott gibt uns auch die Gelegenheit reinzuwachsen. Das hat keiner sofort und von selber. Sondern in der Schule Gottes lernen wir diese Dinge als Männer. Aber wichtig ist, dass wir nüchtern und besonnen und selbstbeherrscht sind. Das ist ein ganz starker Akzent in diesen beiden Charaktereigenschaftenslisten. Also wenn wir uns von unseren Gefühlen leiten und wegreißen lassen, wenn wir aufbrausend sind und zornig oder ausflippen, wie man so heute sagt, das ist schlecht, das ist für einen Ältesten nicht gut. Da muss man den Herrn dran arbeiten lassen, dass wir nüchtern und besonnen werden. Und ich sage immer, Besonnenheit bedeutet einfach auch ein gutes Teil, dass man sich vorher überlegt, was kommt eigentlich raus, wenn ich jetzt den Mund aufmache und was sage oder was tue, was ist denn das Endergebnis davon. Dass ich also vorher die Folgen überlege, bevor ich handle. Das ist ein wichtiger Aspekt von Besonnenheit. Und wenn man loslegt und dann hinterher merkt, oh, ach du liebe Zeit, jetzt ist das passiert und jetzt kommt das auch noch dabei raus, das ist nicht Besonnenheit. Aber wie gesagt, das ist etwas, das müssen wir lernen, das haben wir nicht von Natur aus. Und das andere ist, Gründung im Wort und in der Lehre, ganz klar. Wir müssen nicht, jeder Älteste muss Lehrer sein, aber er muss lehrfähig sein, er muss ein Verständnis von biblischer Lehre und von Gottes Wort haben. Und ganz wichtig ist die gesunde Autoritätsausübung in der Familie. Also wenn in der Familie alles drunter und drüber geht, dann sagt die Bibel, ja, dieser Bruder ist vielleicht doch noch nicht für einen Ältestendienst geeignet. Da stimmt was nicht. Das muss eine Voraussetzung sein, dass man sich im engsten Kreis des Lebens bewährt hat. Und das ist auch, denke ich, ganz wichtig. Wir müssen uns zuallererst mal in unserer Familie bewähren und in unserem Beruf. Und dann können wir uns auch in der Gemeinde bewähren und bestimmte Dienste tun. Wenn wir aber in unserer Familie, in unserem Beruf chaotisch sind, sodass alle Leute um uns rum sagen, also da geht es zu wie sonst was, da ist überhaupt kein Zeugnis für Christus, dann sollten wir in der Gemeinde erst mal ganz kleine Brötchen backen. Und lieber dort anfangen, wo Gott eigentlich möchte, dass die Grundlage für unser geistliches Leben gelegt wird. Nämlich im ganz persönlichen Wandel, in unserer persönlichen Lebensumgebung. Und dann eben eine moralische Unanklagbarkeit. Das heißt nicht sündlose Perfektion. Kein Mensch ist sündlos perfekt, auch der Apostel Paulus war es nicht. Sondern es heißt, dass jemand nicht sich grober Sünden schuldig macht, die ihn in den Augen von Außenstehenden und Ungläubigen disqualifizieren. Und dass jemand dort, wo er wirklich gefehlt hat, das durch Buße bereinigt, sodass man merkt, er beugt sich darunter, er versucht es nicht irgendwie zu verdrängen und irgendwie so zu tun, als wäre das gar nichts. Das sind so Dinge, die einfach da eine Rolle spielen. Und ich habe das an anderer Stelle auch in meinem Buch, Biblischer Gemeindebau in der Endzeit, mal ziemlich ausführlich ausgelegt, was die einzelnen Aussagen so bedeuten. Das können wir jetzt nicht im Einzelnen machen, aber das kann man vielleicht mal nachlesen. Also da kann man ganz viel lernen aus diesen Kriterien, die Gottes Geist hier gibt für Männer, die treu den Dienst tun. Gut, bei Frauen gibt es auch Leitlinien, die ein bisschen anders sind, weil die Aufgabe der Frau eine andere ist. Die ist genauso wichtig. Es gibt keinen Gemeindebau ohne unsere Schwestern, so wie es auch keinen gibt ohne unsere Brüder. Aber die beiden sind komplementär, die sind nicht identisch, sondern sie ergänzen einander. Das muss ich verstehen. Wenn der Mann die Führungsaufgabe hat und die Aufgabe zu lehren und das Wort auszulegen und auszuleben, dann hat die Frau die Aufgabe, in der Gemeinde ein Stück auch die Gemeinschaft zu fördern und ein Segen zu sein durch die praktizierte Gemeinschaft, durch seelsorgerliche Hilfe, durch Betreuung, durch diakonische Hilfeleistung, auch eine wichtige Aufgabe in der Unterweisung der Kinder, also auch Kinderstundenarbeit ist da mit berührt. Und ganz wichtig auch dieses Gebet und die Fürbitte. Oftmals haben die Frauen eben in ihrem Beruf ihre Aufgabe in der Familie, solange die Kinder klein sind, mehr Zeit und mehr Flexibilität zu beten, als die Brüder, die vielleicht acht Stunden am Tag hart arbeiten müssen in irgendeiner beruflichen Arbeit. Also da gibt es ganz viele wertvolle Dinge, die eben die Frau tun kann und die der Mann gar nicht ohne weiteres zu tun kann und wo die Frauen eben als Gehilfin und Ergänzung zum Mann eine ganz wichtige Rolle spielen. Nur es ist klar aus 1. Timotheus 2, dass eben bestimmte Dinge Aufgabe des Mannes sind. Und das wird heute ja ganz stark bestritten und umkämpft und deswegen ist es gut, wenn man das vielleicht auch mal liest, was in 1. Timotheus 2, ab Vers 9 steht. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwändiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Also hier wird ein Stück deutlich gemacht, dass Frauen sich ein Stück aus dem Schutz Gottes und dem Segen rausbewegen, wenn sie Führungspositionen in der Gemeinde anstreben. Das ist jetzt in ganz vielen Allianzgemeinden der Fall, in evangelikalen Gemeinden und natürlich auch in Pfingsten, charismatischen Gemeinden, wo Frauen Prophetinnen und Ältestinnen und Predigerinnen und was weiß ich alles sind, und Apostelinnen, wenn es passt. Das ist Verführung, das ist Sünde, das ist ein Irrweg. Und manche sagen, ja, das ist alles nur kulturell bedingt, was hier steht, aber das wird überall, in jeder Stelle werden die Richtlinien über die Frau mit der Schöpfungsordnung Gottes begründet, nicht mit Kultur. Und das ist Verführung, wenn man versucht, das beiseite zu schieben, mit dem Verweis, ja, das war damals so. Das ist gerade bei diesen Stellen ganz deutlich nicht der Fall. Also auf der einen Seite sollten unsere Schwestern einfach die Grenzen akzeptieren und beten für die Männer, dass sie Weisheit bekommen und Tatkraft und Gnade, ihre Aufgabe zu erfüllen. Und auf der anderen Seite kann eine Frau ganz viel dazu beitragen, dass eine Gemeinde lebendig und gesegnet ist, dass die Gemeinschaft herzlich ist, ja. Das ist, denke ich, ganz viel auch eine Aufgabe und ein Segen der Frauen, wenn sie zum Beispiel Neuankömmlinge in der Gemeinde freundlich willkommen heißen. Frauen sind auch stark für das Atmosphärische mit zuständig, ja. Und da kann es sein, dass irgendjemand reinkommt und denkt, oh weia, also da gehe ich glaube ich nicht wieder hin, ja. Oder dass jemand sagt, hier bin ich irgendwie freundlich aufgenommen worden, ja, die Menschen haben Anteil genommen. Und da haben unsere Schwestern wertvolle Dienste zu tun und eine wichtige Aufgabe. Aber sie ist eben eine zurückgezogene Aufgabe. In der Stille, in der Unterordnung, das ist für den natürlichen Menschen bedeutet, ach, ich bin nichts wert und bin bloß dahinter der letzte Dreck, ja. Und das stimmt überhaupt nicht, ja. Bei Gott ist sowohl Unterordnung etwas Gesegnetes, weil der Herr Jesus selber hat sich auch untergeordnet, ja. Und auch Stille ist etwas Gesegnetes, ja. Und ich merke zum Beispiel immer wieder auch von unseren Schwestern, auch von meiner eigenen Frau, dass aus dieser Position der Unterordnung kann zum Beispiel eine Frau viele Dinge in der Gemeinde besser beobachten und intuitiv auch Gefahren und Schwierigkeiten registrieren, wo wir Männer noch gar nichts merken, ja. Das ist ganz interessant, ja. Deswegen ist es auch gut, dass wir auf unsere Frauen hören als Männer. Nicht immer das machen, was unsere Frauen sagen, aber wir sollten auf sie hören und ihre Meinung respektieren, weil ganz oft ist es eben auch wieder eine ganz wertvolle Ergänzung zu unseren eigenen Wahrnehmungen, ja. Ja, es gibt auch den Ratschlag von Hiobs Frau, ja. Da können wir dankbar sein, dass Hiob den nicht befolgt hat, ne. Ja, also das sind so diese Dinge, aber Tatsache ist, dass eben, wenn eine Frau diese gute Schöpfungsordnung Gottes bejaht, wenn sie einfach auch sieht, sie ist aufgrund ihrer größeren Emotionalität tatsächlich verführbarer. Es ist also kein Zufall, dass die fanatischsten Charismatiker oft Frauen sind, ja. Und dass der Peter Wenz und andere oft Frauen als Hauskreisleiter einsetzen, ja, weil die mehr ihm bedingungslos folgen und jeden neue sogenannte Geisterwelle mitmachen als die Männer, ja. Also das ist, und es ist gut, wenn eine Frau das demütig anerkennt, dann kann man auch über seiner Emotionalität wachen und auch für Frauen gilt die Tugend der Besonnenheit, ja. Nüchtern und besonnen sein, sich nicht von seinen Gefühlen leiden lassen, nur ist es ein bisschen schwerer für die Schwestern als für die Männer. Und diese Emotionalität ist ja ein Segen, ja, weil sie gibt unseren Kindern Herzenswärme und Geborgenheit, ja. Wenn wir jemand einladen, dann ist unsere Frau diejenige, die eine freundliche Ausstrahlung hat und die Willkommensatmosphäre schafft. Das ist eine Stärke, aber das gibt eben auch eine Schwäche unter den Bedingungen des Sündenfalls. Ja, und wenn ich das erkenne und erkenne, dass Mann und Frau sich ergänzen in der Ehe, wie auch in der Gemeinde, dann läuft alles wunderbar. Jeder arbeitet an seinem Platz und dient zum Segen für das Ganze. Ja, dazu gehört eben auch Dienstbereitschaft, die Bereitschaft einfach auch in der Zurückhaltung zu dienen, in der Seelsorge, in der Fürbitte und auch Ja zu sagen zur Familie und zur häuslichen Aufgaben. Ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben einer Schwester im Gemeindebau ist tatsächlich ihre Rolle in der Familie, ja. Wenn wir uns mal anschauen, das habe ich auch schon mal erst gesagt, aber es macht ja nichts, was jetzt zum Beispiel die Mutter von Spurgeon für eine Rolle gespielt hat bei der geistlichen Zubereitung ihres Sohnes, ja. Ja, die wird einmal viel Lohn haben, in der Ewigkeit an dem Anteil haben, was ihr Sohn an Dienst tun konnte, weil sie hat ihn mit für diese Aufgabe zubereitet, ja. Und wenn Frauen wirklich ihre Aufgabe im Haus, in der Fürsorge und Erziehung der Kinder für den Herrn richtig wahrnehmen, dann leistet es einen riesen Beitrag zum Gemeindebau, ja. Das merkt man erst ein bisschen später, wenn man zum Beispiel, gut, in manchen Gemeinden, da ist es dann wirklich so, ich habe es in russlanddeutschen Gemeinden erlebt, ja, dass dann wirklich so die groß gewordenen Kinder von einem Bruder, der vielleicht ältester ist, da ist der eine Jugendleiter, der andere Chorleiter, der dritte ist für Missionseinsätze zuständig und die Schwestern haben auch Aufgaben und da ist plötzlich eine Familie zu Trägern für eine ganze Gemeinde herangewachsen, ja. Und da merkt man dann ein bisschen, oh, unsere Schwester, die vielleicht sogar oftmals in der Gemeinde gefehlt hat, weil sie zu Hause auf die Kinder aufgepasst hat, damit der Mann in der Gemeinde dienen kann, die hat eine hervorragende Arbeit geleistet und hat ganz viel dazu beigetragen, dass die Gemeinde gut dasteht, ja. Aber ganz wichtig, diese Dinge darf man nicht unterschätzen. Genauso auch, wenn zum Beispiel ledige Schwestern sich hingegeben um Kinderarbeit kümmern, das ist wichtig, ja. Auch solche Dinge können manchmal ganz wichtige geistliche Impulse setzen und Kinder sehen oft eben auch das Lebensvorbild von einer Dienerin des Herrn mehr noch als ihre Worte, ja. Also ganz wichtig, da gibt es viele Möglichkeiten zum Dienst, auch dem Mann eine Stütze zu sein. Bei uns war es auch so, ich habe meiner Frau auch gesagt, Undine, wir machen das, wir können das gerne so machen, wir hatten ja vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dann zehn Kinder. Ich bleibe jedes zweite Mal bei der Bibelstunde zu Hause und du gehst hin, ja, du musst auch das Wort Gottes hören. Und die Undine hat gesagt, nein, du hast eine Gabe am Wort und mein Beitrag zum Gemeindebau ist, dass ich dich freisetze und dir den Rücken frei halte, dass du dienst. Und der Herr wird mich auch so segnen. Und das hat er getan, versteht ihr? Ja, das war menschlich gesehen ein Verzicht und Verlust, ja. Aber Gott hat das gesegnet und auf diese Weise, ich könnte meinen Dienst ohne meine Frau, die hinter mir steht und die mir auch heute noch in vielem den Rücken frei hält, überhaupt nicht tun, ja. Wir sind ein Team. Und das ist genau das, wie Gott sich das vorgestellt hat, dass man sich ergänzt und gegenseitig unterstützt, dass jeder seinen Platz vor Gott einnimmt und dann wird das Ganze stark und gut. Und das ist genau dasselbe in der Gemeinde. Wenn jeder seinen Platz einnimmt, ohne Neid, ohne zu gucken, ja, aber der Bruder hat einen besseren Platz als ich, ja. Wenn jeder seinen Platz einnimmt und jeder treu dient an seinem Platz, dann wird das Ganze enorm gestärkt, ja. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Schaden angerichtet wird durch dieses egoistische Hin- und Hergezerre, ja, aber der da und das muss man mal kritisieren. Und da, wo man sich gegenseitig blockiert, sich gegenseitig Steine in den Weg legt, ja. Und es sieht der Herr alles. Es ist unsinnig, es töricht, wenn man so etwas macht, ja. Und deswegen diese geistliche Gesinnung, wenn die bei beiden da ist, bei Brüdern und Schwestern, dann wohl der Gemeinde, wo das so ist. Ja, und was eben auch wichtig ist, zum Schluss noch zu sagen, die geistliche Gemeinschaft ist eine Zubereitungsschule. Wir brauchen auch eben in der Gemeinde dieses sich gegenseitig reiben und auch diese gegenseitigen Spannungen, die natürlich immer wieder auftauchen werden, ja. Es gibt es nicht, dass Menschen, die noch ihr Fleisch an sich haben, miteinander zusammenarbeiten, ohne dass es zu Missverständnissen kommt, ja. Zu Verletzungen dadurch, dass jemand nicht achtsam war und nicht freundlich genug und nicht verständnisvoll genug, dass man unter Druck steht und den Druck an andere weitergibt. Ja, solche Dinge kommen immer vor. Wir sind Menschen, wir sind nicht vollkommen. Und dann kommt es ganz arg darauf an, dass ich sage, Herr Jesus, jetzt hast du mir eine Lektion gegeben, zu vergeben, geduldig zu sein, zu segnen, auch mal was zu tragen, vielleicht eine Ungerechtigkeit zu ertragen, ohne gleich lauthals nach Gerechtigkeit zu rufen, ja. Und wenn man das so sieht, wenn man einfach auch sieht, Gott schleift mich durch meine Mitgeschwister, durch bestimmte Situationen und es dient mir zum Segen, wenn ich durchhalte, wenn ich das annehme und wenn ich den anderen segne und mit dem anderen weiter liebevoll zusammenarbeite, anstatt zu sagen, also mit dem, mit dem mache ich jetzt nichts mehr zusammen, ja, der hat mich genug beleidigt und enttäuscht, ja. Kindergarten, ja, das ist nicht das, was Gott von uns möchte, ja. Und dann, wenn wir so diese Schule annehmen, dann kommt es auch dahin, dass wir wirklich geistlich zur Reife kommen und immer mehr zusammengefügt werden. Vielleicht lesen wir doch mal auch aus Epheser 4, so am Anfang, diese Verse noch, wo es heißt, ab Vers 1, So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Ja, also diese Gesinnung, der Sanftmut, dass wir der Berufung würdig wandeln, wir sind heilige Priester, wir sind Diener Gottes. Wenn wir das uns vor Augen führen, dann können wir die Mühen und Lasten dieses Dienstes ertragen, weil wir wissen, wie herrlich dieser Dienst ist in den Augen Gottes und auch wie herrlich der Lohn ist, den wir einmal dafür empfangen. Und dann können wir einander in Demut und Sanftmut ertragen, weil wir wissen, ich selber bin auch fehlbar, ich selber mache anderen auch Mühe, ich versage auch. Niemand ist vollkommen. Und dann schafft es eine Atmosphäre und Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig ermutigt und stärkt, statt sich gegenseitig irgendwie zu bekriegen oder zu beneiden. Und das möge der Herr uns schenken, dass wir in dieser Weise vorangehen miteinander. Ich möchte zum Schluss noch aus dem Propheten Haggai etwas lesen. Ein Wort der Ermutigung für alle, die sich die Mühe dieses Gemeindebaus, dieser Aufgabe wirklich auch unterziehen. Da gibt es ein schönes Wort aus dem Propheten Haggai, aus dem zweiten Kapitel. Vielleicht lesen wir aber schon mal ab Vers 12 im ersten Kapitel um das Zusammenhangs willen. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels und Jeschua, der Sohn Josadaks, der hohe Priester und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Stadthalters von Judah und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des hohen Priesters und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahm. Und dann Vers 4 im zweiten Kapitel. Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Josadaks, du hoher Priester und alles Volk des Landes. Seid stark, spricht der Herr und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Ja, wenn wir uns dem Herrn einfach zur Verfügung stellen und uns seiner Zubereitungsschule stellen, dann bereitet er uns zu, zu Mitarbeitern, die stark sind im Herrn, die stark sind durch die Kraft des Heiligen Geistes und die befähigt sind, diese schwierige und langwierige und mühsame Arbeit des Gemeindebaus zu bewältigen. Jeder an seinem Platz, jeder mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat, jeder in der Kraft Gottes. Möge der Herr uns das schenken. Vielleicht lesen wir dort 1. Petrus 4 noch, dann ist das aber der Schluss, weil da steht es nochmal so deutlich, dieses Miteinander und Füreinander der verschiedenen Mitarbeiter. Vers 10 und 11 in 1. Petrus 4. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Damit wollen wir schließen und ich würde noch gern mit uns beten. Vielleicht stehen wir dazu auf. Herr Jesus Christus, wir preisen dich dafür, dass du uns in deinen Dienst gestellt hast. Ja, du selbst warst das Vorbild des vollkommenen Dieners, als du auf der Erde warst und deinem Gott und Vater gedient hast in Demut, in Selbstverleugnung. Du hast Lasten getragen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wo wir nie heranreichen. Aber wir dürfen dir vertrauen, dass du uns befähigst zum Dienst in diesem wunderbaren Werk der Auferbauung deiner Gemeinde. Du hast sie mit einem überaus kostbaren Preis erworben, hast uns erkauft mit deinem Blut, ja, damit wir für dich Frucht bringen und für dich leben, nicht für uns selbst. Schenk doch, dass wir wirklich auch ermutigt werden, voranzugehen im Dienst, klar zu erkennen, welche Gaben du uns gegeben hast, welchen Auftrag du uns gegeben hast, dass wir doch einfach auch mitwirken und mit neuer Kraft und neuem Mut auch weiter dienen, auch wenn es Schwierigkeiten und Lasten gibt. Du willst uns helfen, sie zu überwinden. Du willst auch schenken, dass wir aus dem Allem noch einen geistlichen Gewinn ziehen und mehr und mehr in deinem Bild gestaltet werden. So schenke uns einfach Mut und Segen durch dein Wort jetzt auch, dass wir einfach auch in dieser Gemeinde und überall in der Gemeinde Gottes Mitarbeiter erleben, Schwestern und Brüder, die von ganzem Herzen dir dienen und die dein Wort verstehen und ausleben, sodass deine Gemeinde in dieser allerletzten Zeit noch gestärkt und aufgebaut wird. Dir wollen wir Ehre und Dank und Anbetung dafür geben. Amen. Amen. Amen.